New Moon ist als Film viel, viel schlechter als der erste Teil. Ich fand schon den ersten Teil nicht wahnsinnig prickelnd, aber zumindest gegen Ende ist da ansatzweise was passiert. Teil 2 ist so eine Art schwarzes Loch des Vampirfilms. Es passiert über so lange Strecken, so einfach wenig. Der Film ist so berechenbar, so konfliktarm und einfach nur einschläfern. Für mich ist das doppelt schade, weil wir haben in einem Film sowohl Vampire als auch Wehrwölfe. Zwei große und wichtige mythologische Kreaturen, die man so toll gegeneinander antreten lassen könnte und womit man so toll einen spannenden Film erzeugen kann. Aber das einzige, worauf sich New Moon in Wirklichkeit konzentriert, ist diese weinerliche, komplett uninteressante Langweilerin namens Bella, wo aus irgendeinem Grund gleich zwei Typen ihr hinterher rennen, was mich extrem verwundert. Und ganz im Ernst, wieso die das machen und vor allem wieso aus diesen Charakteren, aus diesen Kreaturen in dem Film so wenig rausgeholt wurde, das ist einfach traurig.